Als Bomby bei sich ankam, nahm er sich seinen Laptop, legt es sich ins Bett und schaute noch ein paar Videos. Hallo ihr kleinen Batzen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir ein paar Batzen mit dabei. Genau, film mal rum, film mal rum. Wundert euch nicht, dass der Ton ein bisschen schlechter ist, weil wir sind mitten am Meer und es ist ein bisschen windig. Und was machen wir heute? Ja, wir kriegen jetzt den nächsten Teil der Fanfiction, das ist der dritte Teil, ne? Der dritte Teil von der Fanfiction vorgelesen und wir versuchen mal nicht zu lachen oder mal gucken, vielleicht wird es ja gar nicht so lustig. Ja, vielleicht wird es ja eher beschämt. Aber jetzt haben wir noch ein Live-Publikum dabei. Diese Sendung wird aufgezeichnet von Live-Publikum. Wir haben extra ein Pärchen organisiert, das jetzt gleich hinten an uns vorbeilaufen wird. Organisiert? War teuer, war echt teuer. So, wir haben eigentlich gesagt, die sind schneller, aber... Geht schon in Ordnung. Also, wer will es erst werden? Wer will es erst werden? Es war zu teuer, es war viel zu teuer. War es nicht wert, okay. Das war nicht gut. Okay. Nach zwei sehr produktiven Wochen später saß Baumi bei sich zu Hause und dachte nach. Eigentlich hätten er und Wuschel sich eine Auszeit verdient. Nach ein paar Minuten Überlegung nahm er sein Handy und wählte die Nummer seines Freundes. Dieser nahm den anderen schnell an. Hey Baumi, was ist? fragte Wuschel. Hey, ich habe mir überlegt, da wir die letzten zwei Wochen so viel für YouTube gemacht haben, dass wir uns mal zusammen einen Abend freinehmen und in eine Shisha-Bar gehen. Wuschel überlegte kurz, ob das eine so gute Idee war. Es war nie gut, wenn er benebelt war. Irgendwas passierte immer. Doch es war ja noch Baumi da, der ihn dann noch von der unüberlegten Degen abhalten kann. Also stimmt er dann doch zu. Okay, sagte Baumi fröhlich. Dann also heute Abend, so gegen 19 Uhr, Wuschel nickte. Bemerkte erst nach ein paar Sekunden, dass Baumi ihn ja eigentlich gar nicht sehen konnte. Also antwortete er einfach mit einem kurzen Ja. Zur vereinbarten Zeit stand Wuschel vor der Bar, war Ausschau halten nach dem Älteren, der kurze Zeit später auch ein Tier kam. War romantisch bis jetzt, ne? Sorry, sorry. Mal wieder zu spät, Baumi, meinte Wuschel grinsend. Aber ich bin da, erwählte Baumi. Du hast die Zeit vereinbart und kommst dann noch zu spät. So, Wuschel lachte leicht und beide gingen in die Bar. Nach einiger Zeit sind beide bester Laune, auch wenn Wuschel das wohl kaum, obwohl es übertrieben hatte, da er kaum klar denken konnte. Baumi und Wuschel bestellten noch ein Bier und der Ältere schaute sein Gegenüber an. Wuschel hatte ein breites Grinsen im Gesicht und rückte näher an Baumi. Äh, Wuschel, was hast du vor? fragte der Ältere etwas rot. Er war auf dem plötzlichen Körperkontakt nicht vorbereitet. Wuschel kam ihm näher und fing an, ihn zu küssen, langsam und sanft. Baumi war anfangs verwirrt, doch der Kuss fühlte sich einfach zu gut an. Ein warmes Gefühl breitete sich in seinem Körper aus und ein worthängigen Kopf. Liebe. Ich dachte, der Apfelsaft. Das wäre noch True gewesen. Baumi erwiderte... Warte mal kurz, der hat gelacht. Kriegt der jetzt nicht eigentlich einen Knuffer? Doch. Ich bin auch noch. Oh, okay, der war stärker, der war stärker. Das ist nicht mal Girl Power, Alter, wow. Gleich habe ich richtig drauf. Baumi erwiderte den Kuss und sie fing an, ihre Lippen zu bewegen. Es wurde immer Lust verlangender. Wuschel wanderte langsam mit seinen Händen an Baumi's Rücken in einen Strich hinunter zu seinem Hintern. Doch Baumi nahm seine Hand weg und löste den Kuss nach und sah Wuschel in die Augen. Was ist? fragte der Jüngere leicht, verunsichert. Verdammt! Kurze Pause. Habe ich dich schon auf die Schulter? Au! Ich habe auf den Nippel. Au! Ihr sollt auf die Schulter schlagen, nicht auf deine Brust. Okay. Ähm, wo war ich? Also, ähm, verunsichert. Habe ich was falsch gemacht? Nein, nein, meinte der Kleinere und nahm seine Hände, nahm die Hände seines Gegenüber in seine eigene. Aber wir sind immer noch in der Öffentlichkeit. Wuschel schaut sich um und grinst, was Baumi nur noch noch roter werden muss. Wuschel schaut auf die Uhr und bemerkt, dass es bereits 23.45 Uhr war. Stopp! Ähm, Baumi, es wird langsam spät. Wir sollten langsam, glaube ich, wieder los, sagte der Jüngere leicht lächeln. Du hast wohl recht, Wuschel. Die beiden schauten sich nochmal um und gingen zur Tür. Als die beiden draußen standen, küssten sie sich noch einmal kurz und gingen nach Hause. Auf dem Weg hatten beide sein warmes und wohliges Gefühl im Bauch, wenn sie an den anderen dachten. Sie wollten, dass es nie wieder aufhört. Als Baumi bei sich ankam, nahm er sich seinen Laptop, legte sich ins Bett und schaute noch ein paar Videos, bis ihm einfiel, dass er Wuschel noch etwas sagen musste. Wuschel war etwas später als Baumi zu Hause, schloss die Tür auf und zog seine Jacke und schuhe aus. Als er ins Schlafzimmer ging, klingelte sein Handy und er schaute auf. Baumi hat ihm geschrieben. Von Baumi, 025. Ich liebe dich, Wuschel lächelte. An Baumi, 026, ich dich auch. Ohne noch einmal darüber nachzudenken, packte er sein Handy weg, zog sich um und legte sich zu Elina. Es dauerte nicht mehr lange und er schief ein. Da geht es ganz schön zu Sachen. Da geht es echt langsam ab. Elina, du wirst bedrohend. Du wirst verdrängt, du wirst richtig verdrängt. Ja, war cool. Jetzt seht ihr mal, wer hinter der ganzen Sache mit steckt. Sie hat den Anfang geschrieben, ich habe Indisch-Tippe und in alle 12 gearbeitet und im Text verlaufen. Also ich finde es so ein bisschen, es ist so komisch, dass man selber irgendwie sowas über sich selber liest. Was so Fanfiction ist. Jetzt wisst ihr ja noch, von wem genau ist es und wie wir aussehen und so. Ja, stimmt. Das wollten wir ja mal wissen. Und die Community weiß wieder. Viel mehr als uns. Ja. Das war sauknapp, Alter. Oh, krampf. Also vielen Dank für das Video, ich danke euch. Und wir sagen Tschüss. Und du machst noch ein cooles Zoom-Fahrt auf das Schiff. Cooles Zoom-Fahrt auf das Schiff. Los. Kitzelberg. 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 Jochen! Los, alle müssen in den Armen bähnen. Los, die sind aus. Los, die sind aus. Ich kann alleine sitzen. Seit gestern...